Ein kurzer Realtalk zum Thema, äh, Benjamin, der meinte mich neulich sehr zu fronten bzw. zu sagen, ich mache einige Dinge falsch, das lesen wir uns jetzt mal durch und dann gucken wir mal, ne? So, fangen wir an mit nem guten alten Realtalk. Und an alle, die jeden Tag eine beschissene Morddrohung mir verfassen, sollten mich einfach persönlich an Zeddo bedanken. Er sagt ja immer, er ist so objektiv, das Einzige, was er machen kann, ist, seitdem er Videos dreht, über mich dreht, alles klar, Hass zu verbreiten. Sorry, aber es reicht mir langsam. So, er meint, an alle, die Morddrohungen verpassen, äh, so findet er scheiße und, äh, er sagt, er will sich bei mir bedanken, weil seitdem ich meine objektiven Videos über ihn drehe, na, die Sätze machen halt auch keinen Sinn. Okay. Zeddo redet immer so toll von Loyalität. Wo rede ich von Loyalität, liebe Freunde? Dass alle Influencer so aufmerksamkeitsgeil wären. Dabei ist er derjenige, der durch alle Influencer-Reichweite profitiert. Stimmt. Ich profitiere unter anderem dadurch, dass ich über andere Influencer berichte. Das stimmt. Von Loyalität habe ich, weiß ich noch nicht, also weiß ich nicht, ob ich da schon großartig drüber Talks gehalten habe. Like, hä? Ähm, dass alle aufmerksamkeitsgeil sind, habe ich jetzt so direkt auch nicht gesagt. Aber ja, wenn ein Bünni gestern zum Beispiel wieder ein Video hochlädt, in dem er das N-Wort-Libs singt, dann nenne ich das aufmerksamkeitsgeil. Wenn er ein Video hochlädt, in dem er seine Unterhose auszieht, dann nenne ich das aufmerksamkeitsgeil. Wenn er ein Video hochlädt, in dem er so tut, als wäre er schwanger, ja, dann nenne ich das aufmerksamkeitsgeil. Wenn er mit einem Mädchen rummacht, äh, das er gar nicht liebt, ja, dann nenne ich das aufmerksamkeitsgeil. Da hat er recht. Auf jeden Fall. Okay. Ähm, er sucht sich gezielt Leute aus, die sehr viel Hate kriegen und die Hater von anderen zieht er zu sich und baut Reichweite auf. Das ist der größte Müll, den ich je gehört habe. Je gehört habe. Ich habe Videos gemacht über Leute, die gar nicht gehatet wurden. Ich habe Videos gemacht über Leute, die, äh, die, mit denen ich cool war, weil ich das nicht gefeiert habe, was sie gemacht haben. Ähm, keine Ahnung, bestes Beispiel Denise, Denise, äh, MSKI. Wo hat sie denn Hater gehabt, bitteschön, in dem Zeitpunkt, wo ich Videos über sie gemacht habe. Ein, zwei Monate vorher war sie noch in Köln, wir haben zusammen gechillt, wir waren cool miteinander. Dadurch, dass ich Videos gemacht habe, hat sie sich angegriffen gefühlt und hat danach sogar gesagt, ey, äh, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und so, ich finde das voll angreifend und was weiß ich. Also, auch Bullshit. Er selber als Person ist uninteressant, meiner Meinung nach. Ich habe Humor, alles gut, aber, aber, ich habe Humor, alles gut, aber einfach, es reicht. Okay, er selber als Person ist uninteressant, meiner Meinung nach. Das, äh, können wir so stehen lassen, wenn der Bünni das so sieht. Andererseits, wenn man halt auch in einem Livestream von Bünni geht auf Instagram, ist auch komisch, dass da alle nur über Sedo reden und auch alle nur von Sedo kommen. Ähm, und da kaum jemand ist, der wirklich ihn supportet, sage ich mal, ohne das jetzt böse zu meinen, aber wenn Bünni meint, ich bin uninteressant, dann ist das auch okay und ich fühle mich davon auch nicht angegriffen, weil mein Ziel ist es ja auch nicht, der Interessanteste auf diesem Planeten zu sein, sondern euch einfach zu unterhalten und wer Bock hat, wird unterhalten und wer nicht, dann nicht. So, ne? Sagen zu mir, ich wäre rassistisch. Wo habe ich gesagt, er sei rassistisch? Ich habe das in keinem Wort erwähnt. Ich habe das noch nie erwähnt, dass Bünni rassistisch ist. Ich habe noch nie gesagt, irgendjemand sei rassistisch. Wo? Aber wurden Wochen danach alles selber gecancelt, weil sie Rassismus in Person definieren, okay? Unter anderem seine beste Freundin Leni und Sedo selber mit anderen wie bei Leo Baileys. Okay, das war dieser Shitstorm, den ich bekommen habe. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr darauf eingehen. Ob der Shitstorm gerechtfertigt ist oder nicht, kann man sich drum streiten. Ich habe einen TikTok zu einem asiatischen Sound gemacht mit Leo zusammen. Long story short. Es hat Leute angegriffen. Alles gut. Warum er da jetzt über Leni redet? Kein Plan. Was daran so schlimm ist, dass ich mit Leni cool bin oder dass ich mit Leo cool bin. By the way, Marc Leo Baileys habe nichts gegen sie, aber bei anderen kriechen, um Fame zu werden. Don't like it. Okay. Ich weiß ja nicht, wann ich bei Leo Baileys gekriecht habe, um Fame zu werden. Ich glaube, oder ich bin mir nicht sicher, doch, ein YouTube-Video habe ich mal mit Leo gedreht. Ansonsten sind die anderen 700, 800 Kanäle auf meinem Kanal, Videos auf meinem Kanal, wirklich ohne Leo. Schwierig, die Aussage. Habe lang genug meinen Mund gehalten und Drohungen bekommen mit Anwalt-ETC. Es wurde sich lustig gemacht über mich, dass ich Kooperationspartner habe, die wenig Geld anbieten. Dass ich nur auf das ganze Geld fokussiert bin. Sorry, mir wird sowas unterstellt, aber die selber leben hauptberuflich von Social Media. Sedo selber durch seine Kooperationen und YouTube. Dann auch über mich reden und Geld verdienen. Das ist Endlevel von Dreistigkeit. Das ist so, wie wenn du jetzt, wie jetzt zu sagen, dass du nur mit Mats zusammen wohnst, weil er mehr Follower hat. Ja, true. So, ja, ich wohne mit Mats zusammen, aber wie oft machen wir irgendwelche Videos zusammen oder profitieren voneinander? So, bisschen übertrieben. So, jetzt nehmen wir das hier kurz auseinander. Drohungen hat er von mir nie bekommen. Mit dem Anwalt habe ich ihm auch nie gedroht. Gut, es wurde sich lustig gemacht über mich, dass ich Kooperationspartner habe, die wenig Geld anbieten. Das einzige Mal, wo ich mich über etwas lustig gemacht habe, habe ich gesagt, dass Bongo halt eine Müllkooperation ist, die ich nicht machen würde. Und vor allem nicht für die 1, 200 Euro, die er da wahrscheinlich für bekommt. Das habe ich gesagt. Ich habe geschätzt, er bekommt nicht so viel Geld dafür, weil ich sowas so gut schätzen kann. Sagen wir es mal so. Sorry, mir wird sowas unterstellt von der Person, die hauptberuflich Social Media macht. Ja, ich mache hauptberuflich Social Media, da spricht nichts dagegen. Sedo durch seine Kooperation und YouTube. Ja, ich verdiene Geld durch meine Kooperation, ich verdiene Geld durch meine YouTube-Einnahmen. Ich verdiene Geld durch Merchandise noch. Und, nee, durch Livestreaming verdiene ich kein Geld. Aktuell nicht zumindest. Fehlt sonst noch irgendwas? Nee, aber ich mache das hauptberuflich. Das stimmt. I'm sorry, der Text ist schlimmer als ein Aufsatz von einem Erstklässler noch von. Okay. Dann über mich reden und Geld verdienen. Ja. Das ist Endlevel von Reistigkeit. Okay. Gut. Jetzt kommen wir zu dem Video. Alle, die sagen, ja, warum machst du nur Videos und sprichst über Sedo? Sorry, ich habe keinen YouTube-Kanal, deshalb spreche ich das auf meine Insta-Story an. Was ich sagen wollte, ist, ihr sagt ja immer alle, warum sprichst du über Sedo ständig? Oder das ist Sedo's Content? Lass ihn noch. Sedo redet immer von jedem, wie schlecht er ist, wie jeder Aufmerksamkeitsgeld ist, wie jeder Fehler macht oder über Racist-Themen. Aber warum sprichst du nicht über Leni-Marie und Dagi Bee, wo sie Racist in dem Video war, was sie mittlerweile rausgenommen haben. Und nur weil du so gut mit denen bist, warum hast du nie darüber ein Video gemacht? So, du sprichst doch auch von jedem über die Fehler an, sobald es sowas Scandalous gibt, so you know. Und da merkt man, wenn man miteinander close ist, spricht man nicht gerne über die Fehler von anderen. Hm, liebe Freunde. Ja, vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich kein Benzin ins Feuer kippen möchte bei einer Sache, für die sich eh entschuldigt wurde und die unter den Tisch gekehrt wird. Bei Bünni ist das Problem, dass er sich für seine Sachen nicht entschuldigt. Und wenn er sich für seine Sachen entschuldigt, dann merkt man, dass das nicht ernst gemeint ist. Das war doch nicht rassistisch. Ja, wie gesagt, da kann man sich auch drüber streiten, in welchen Punkten das rassistisch war oder in welchen Punkten nicht. Aber es gibt schon Gründe, warum ich zu manchen Sachen Videos mache und zu manchen Sachen nicht. Es kommt auch darauf an, was ich von der ganzen Sache halte. Beispielsweise das Ding mit diesen Silvester-Partys damals von den Personen da in Berlin, die Silvester sich getroffen haben während dem Corona-Lockdown und das Ganze gemacht haben. Da wurde mir auch unterstellt, ich mache kein Video dazu, weil ich ja mit Dahlia cool sei. Ich habe Dahlia seit eineinhalb Jahren oder so nicht mehr gesehen, nichts mehr mit ihr geschrieben. Das Einzige, was ist, ist, dass ich ihr auf Instagram folge. Und da wurde mir gesagt, ja, du machst das nicht, weil du mit ihr cool bist und so weiter und so fort. Das kriege ich öfter unterstellt. Ist aber Bullshit, weil ich sehr oft Videos mache über Leute, mit denen ich cool bin. Ich mache mir nur vorher auch Gedanken, möchte ich dem Thema jetzt noch mehr Aufmerksamkeit geben. Vor allem, wenn die Personen gerade so krass gehatet werden. Und so ein absurd kranker Hate ist einfach nicht cool, das zu supporten oder das zu unterstützen. Und bei Dahlia und den anderen Leuten ging das in eine komplett hirnlose Richtung, finde ich. Also klar, man kann sagen, ey, war nicht cool, war nicht cool, dass ihr diese Feier gemacht habt, schön und gut. Man kann sie darauf hinweisen. Aber, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Aber das, was bei Dahlia und so damals Silvester abging, das war, das war dieser andere ekelhafte Hate. Und ich bin mir zu tausend Prozent sicher, und sorry, dass ich das so sage, aber ich bin mir zu eine Million Prozent sicher, dass der Hate bei Böni nicht entsteht durch meine Community. Dafür kenne ich meine Community zu gut und dafür weiß ich auch, wie meine Community tickt. Und dafür habe ich schon viel zu oft in meinen YouTube-Videos gesagt, wenn meine Community hatet und ich bekomme das mit, dann mache ich keine Videos mehr zu diesen Themen, wo der Hate entsteht. Und das haben auch alle gecheckt und ich weiß, dass meine Community nicht hatet. Klar kann es sein, dass da ein, zwei Leute dabei sind, aber zu sagen, wegen mir, wegen mir kriegt er diese Drohungen, ist auch ein bisschen tief gegriffen. Und ich kriege auch viele Drohungen tagsüber, aber das ist meistens von den Leuten, die einfach meinen Content nicht feiern. Oder die einfach gerade in der Pubertät sind und Bock haben, jemanden zu beleidigen oder jemanden zu drohen. So, deshalb, seit wann die Tattoos, lol steht dir, Dankeschön. Nimm's mit Humor. Ja, nehme ich auch. Ich weiß auch, dass er das auch nur aus dem Grund macht, weil er Bock hat, dass da nochmal ein Video drüber gemacht wird. Aber deshalb spreche ich es auch im Livestream an, weil das ganze Ding ist mir kein Video wert. Jetzt postet er einen Screenshot. Das, was er zensiert hat, das bin ich, also ein Chat mit mir. Hör auf damit, bitte wirklich wäre lieb. Ich weiß, es ist einfach dumm gewesen, aber benutze es nicht als Videomaterial. Wäre wirklich lieb. Dann habe ich geschrieben, aber warum machst du das so, Bro? Schreibe ich dir definitiv nicht hier, aber ist auch egal. Aber wäre lieb, wenn es nicht postest. Ist mir sowieso unangenehm. Habe ich geschrieben, alles klar. Kann ich auf dich zählen, hat er geschrieben. Dann weiß ich nicht mehr, was ich geschrieben habe. Vielleicht kommt der Chat gleich auch noch. Dann, das ging um das Thema, wo er auf so einer Webseite mäßig Zahlsklaven gesucht hat. Also Leute, die ihn dafür bezahlen, dass er sie beleidigt oder keine Ahnung. Einfach so ein weirdes Ding. Und da hat er im Chat übel Schiss gehabt, dass ich das veröffentliche. Und ich habe so gesagt, so yo, warum machst du das? Also erklär mir doch einfach mal, warum du das machst. So Real Talk wollte ich mit ihm reden. Und ein paar Minuten drauf oder so haben das diese Instagram-Seiten gepostet. T-Talker, User News und so. Und dann habe ich dem geschrieben, hey, wenn die anderen das posten, so, dann poste ich das auch. So, I don't care. so, weil es ist jetzt eh öffentlich und ich verfasse das eh in einem lustigen Kontext. Hat er geschrieben, Dinge, die nie in der Öffentlichkeit sein sollten, wurden auch einfach gepostet, ohne meine Erlaubnis. Hauptsache YouTube-Einnahmen machen und immer neue Opfer raussuchen. Das, was ihr alle macht, ist Cybermobbing. Alle, die sagen, ich wäre ein schlechter Mensch und sonst was, ihr seid nicht besser. Alle gegen eine Person und ich bin, ich bin, stelle mich jeden Tag vor die Kamera und tue, als ob nichts wäre. Es reicht. Okay, Dinge, die nie in der Öffentlichkeit sein sollten, wurden einfach gepostet, ohne meine Erlaubnis. Okay, Dinge, die nie in der Öffentlichkeit sein sollten. Merkt euch diesen Satz? Er hat auf Twitter öffentlich mit seinem Gesicht, mit seinem Namen nach einem Zahlsklaven gesucht. So, ich habe das auf Twitter gesehen. Dinge, die nie in der Öffentlichkeit hätten sein sollen. Alles klar. Er hat es selber veröffentlicht und ich weiß nicht, ob ihr das merkt, aber eigentlich solltet ihr das wissen. Ich mache immer nur Videos über die Dinge, die eh öffentlich sind. meistens. So, ne? Also, jetzt hier. Ah, der Chat geht weiter. Genau, alles klar. Kann ich auf dich zählen? Wirklich, das ist mir echt unangenehm. Ich so, ja, alles gut, mache ich nicht. Danke. Und dann kam meine Memo, die er wegstreicht. Dann kam meine Memo, yo, die anderen haben das auch veröffentlicht, ich werde es auch veröffentlicht. Und den Chat zeigt er nicht mehr. Aha, okay. Und da hat er trotzdem in den nächsten Tagen das Videomaterial für sein Video benutzt. Ja, das stimmt. Da gebe ich ihm recht. Wenn jetzt alle sagen, ja, du postest aber auch die Chats zwischen dir und dieser Person. Die Person hat auch auf YouTube-Videos öfters Chats ohne meine Erlaubnis gepostet. Also, denke ich, es ist kein Problem, wenn ich das genau mache, um jetzt alles klarzustellen. Ja, alles gut. Habe ich auch Realtalk kein Problem mit. Also, kann er machen. Dann habe ich mich dazu geäußert und habe unter einer User-Seite kommentiert, dass ich es ein bisschen krass finde, sich selber so in die Opferrolle zu stellen. Vor allem aus dem Grund, weil er mir geschrieben hat, der letzte Chat war, ach, Lul, er hat es zurückgezogen. Na gut, ich habe aber einen Screenshot gemacht. Er hat es zurückgezogen, eiskalt. Wow. Der Ehrenbruder. Wir brauchen als erstes den hier. So, das ist der Chat. Das ist der Chat, wie ich ihn heute gescreenshottet habe, mit zurückgezogenen Nachrichten. Ich habe eine Story gemacht, die ich witzig fand. Da hat mich jemand vermisst. Habe ich geliked? Klar, natürlich habe ich ihn vermisst. Eine Frage ist, ist wirklich wichtig. Ich so, OMG, was ist denn so wichtig? Erzähl mir mal. So, und dann hat er noch was geschrieben und das hat er jetzt zurückgezogen. Komisch, warum zieht er denn Dinge zurück? Das ist der Chat. Ähm, hier, da sind die Nachrichten, die er zurückgezogen hat. Und zwar, also, kannst du mich mobben? Mir ist langweilig und wollte danach nochmal was fragen. So, da habe ich mich verarscht gefühlt, weil ich dachte so, ja, okay, vielleicht will er wirklich was Wichtiges fragen. Scheint wohl doch nicht so gewesen zu sein. Er nimmt das Ganze ja selber auch nicht ernst. Aber jetzt das so darzustellen, als wäre irgendwas, aber dann mir zu schreiben, kannst du mich mobben? Sich aber in seiner Story darüber beschweren, dass es, dass es Cybermobbing ist. Er, das sagst du ganz gut, äh, Mary, haha, what the fuck? So, kann man so unterschreiben? Kann man so unterschreiben? Wo ist der Sinn hierbei? Und warum hat er es jetzt wieder zurückgezogen? Tell me. Tell me. Wer es mir erklären kann, soll es mir erklären. Und ich will gar nicht wissen, was er nach dem hier geschrieben hätte. Wollte dann auch nochmal was fragen. So. Und keine zwei, drei Tage später postet er diese Stories, äh, mäßig, es kommt ja alles von mir. Klar kommen die Leute von mir auf deinen Account. Da würde ich nicht mal sagen, nein, so dass es, äh, viele von euch da gibt, die sich dafür interessieren und stalken und was weiß ich. Und es ist auch alles schön und gut. Aber, äh, zu sagen, dass meine Leute ihn beleidigen, das glaube ich nicht. Dass ihr ihn kritisiert, ihn versucht vielleicht, äh, 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 Dinge hinterfragen zu lassen, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber, dass da die größten Beleidigungen des, äh, des Ozeans fallen, das glaube ich nicht. So, wisst ihr was, meine liebe Freunde? Warte mal. Dann hat er hier, ah, hier hat er doch gepostet, dass ich, äh, äh, Frage, warte. Der spielt jetzt gleich eine Memo ab. Ich hätte eine Entscheidung mindestens erwartet, eine Entschuldigung mindestens erwartet, aber es wird eine Schippe mehr draufgelegt. Ich habe ihn immer noch daraufhin keine Erlaubnis gegeben, trotzdem hatte er es sogar nach Erklärung als ein Video-Expose und wurde, welches nicht benutzt werden darf, ohne meine Erlaubnis, über etwas Privates von mir wurde benutzt als Videomaterial, Menschlichkeit verloren. Es war, ey, wann checkst du das, wenn du etwas öffentlich stellst, dass es nicht privat ist? Auch wenn du dein Instagram-Account auf privat hast, du hast es trotzdem online gestellt, du Nuss, Alter. So, da habe ich geschrieben, alles gut, mache ich nicht, ich veröffentliche es nicht und jetzt spielt er meine Memo ab, warum er auch immer meine Stimme zensiert hat. Der Junge braucht keine Angst haben, dass ich den vor Gericht ziehe oder irgendwas, so. Aber gut, ähm, jetzt zensiert er meine Stimme und da hört er jetzt, äh, dass ich hinterfrage, warum die anderen das posten durften, aber ich nicht. Warte mal kurz, diese T-Talker-Seite hast du geschrieben, die darfst es benutzen und ich darf es nicht benutzen, oder was? Bei mir bittest du darum, dass ich es nicht benutze, why? Er hat dieser Seite sogar geschrieben, du darfst es benutzen. Sie hat es nicht einfach benutzt, sondern er hat gesagt, du darfst es benutzen. Dann hat sie geschrieben, ja, weil sie es sowieso gemacht, ja, weil sie es sowieso gemacht hätte. Die posten eh, was sie wollen. Ja, Real Talk, was habe ich geschrieben? Ja, ich doch auch. Nice. Und dann kam das Video. Ich poste doch auch, was ich will. So, hä? Ey, er hat sich so selber damit hops genommen, ich, das kann man gar nicht in Worte fassen. So, hä? Das ist die letzte, des letzten Dings. Der ist so lost. Ja, das würde ich echt einfach gerne so unterschreiben. Wollte mit ihm normal schreiben und sorry, aber es ist einfach Cybermobbing. Soll ich nochmal den Chat rausholen, wo er sagt, kannst du mich bitte mobben? What the fuck? Was ist denn an meinem Video Cybermobbing? Liebe Freunde, rufe ich Leute dazu auf, jemanden zu, runter zu machen? Rufe ich Leute dazu auf, jemanden zu erniedrigen? Tue ich das selber? Mobbe ich jemanden? Mache ich irgendwas Schlimmes? Oder weise ich Leute auf ihre Fehler hin, die sie öffentlich posten und sage ihnen, yo, lass das, tu es nicht. Wenn du es nicht tun würdest, würden noch keine Videos kommen. So, real talk, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur einer Bier getrunken. Egal, wie sehr ihr mich mögt, es geht schon über Monate, ich versuche, Humor aufzubauen gegenüber Menschen, die ich nicht mag. Ich versuche, meinen Mund zu halten, aber es reicht. Und lieber Serdo, natürlich schreibe ich dir solche Dinge, weil ich wusste, dass du es direkt zur Verteidigung benutzt. Wenn du jemanden hops nehmen willst, was er ja mit seiner Story machen wollte, er wollte mich hops nehmen, er wollte sagen, wegen mir kriegt er Drohungen. Wenn du das willst, schickst du dann ein paar Tage vorher jemandem einen Chat, mit dem er sich verteidigen kann? Wirst du mich verarschen? Weil ich wusste, dass du es direkt zur Verteidigung benutzt. Aber soll ich dir eins sagen, eine Entschuldigung hätte dein Haar nicht gekrümmt. Alleine Mustihaft hat sich für ein Video gegen mich entschuldigt, aber du machst dich lächerlich über Menschen. Du verdienst deine Reichweite nicht, weil du es sogar benutzt, um Geld zu machen. Okay, ein Mustihaft hat dich auch beleidigt. Ich nicht. Ich beleidige keine Menschen in meinen Videos und ich habe nichts falsch gemacht. Deshalb Real Talk, wofür soll ich mich entschuldigen? Ist doch gut, dass ein Mustihaft sich bei dir entschuldigt. Der hat dich aber auch in alle möglichen Richtungen böse beleidigt. Und der hat auch eine Community, die er nicht im Griff hat. Heißt, der hat eine Community, die dich danach auch böse beleidigt. Ich nicht. So. Wie kann man so lost sein? Sorry. Du verdienst deine Reichweite nicht, weil du es sogar benutzt, um Geld zu machen. Okay. Das Beispiel check ich auch nicht, weil auch ein Mustihaft hat mit dem YouTube-Video, das er bei dich gemacht hat, Geld verdient. auch du machst mit der Reichweite, die du hast, die du unter anderem von mir kriegst. Bruder, sein scheiß Account hat die letzten Wochen, ich weiß nicht, das könnt ihr eigentlich relativ gut sehen an meinen Videos, hat Zuwachs bekommen, sein Account. So klar, wegen seinen ich bin schwanger und was weiß ich, TikToks, die natürlich auch viral gehen, alles gut, aber all in all, diese Aussagen kreuzen sich alle gegenseitig, die sind so lost, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. jeder Influencer verdient mit seiner Reichweite Geld. Ja klar, so deshalb diese Aussage, oh mein Gott, du machst YouTube-Videos und du machst mit anderen Leuten Geld. Zeit, ja okay, danke, dass du es mir sagst. Du hast mir erklärt, wie mein System funktioniert. Wie alt ist Böni, keine Ahnung, ich will es nicht wissen. Er schreibt das, da er hofft seine 8-jährige Community damit zu beeinflussen. Ja, die Leute, die 8 sind, die verstehen wahrscheinlich nicht mal, was damit gemeint ist und denken sich so, oh ja, das klingt gut, das klingt gut. die, also, die überfliegen diese Texte ja auch. Der häufigste Satz in Zedus-Videos, bitte hatet sie slash ihn nicht. Ist also, oder? Ich sag das schon oft. Ich sag, ich erwähne das wirklich oft, wenn gehatet wird, dann werde ich klar und deutlich in 0,0, keine Videos mehr zu dieser Person machen. So, meinetwegen, gebt meinem Video einen Daumen runter, wenn ihr Aggressionen an irgendeiner Person rauslassen wollt oder so. Oder schreibt mir, hatet mich so, I don't care. Aber, nicht diese, nicht, nicht die Dings, äh, nicht die Person. Bünni ist 19. Huh. 19. Ciao. Ciao. Sogar meine Mutter meinte, wie ich dein Video geschaut habe, dass Bünni sein Handy weggenommen werden soll. Äh, äh, aber wo es der Recht hat, ne? Ich meine, das ist ja auch alles, äh, lieb, liebe Freunde. Ich will ja auch niemandem was Böses am Ende des Tages. Wisst ihr, was ich meine? Auch Leon Content, ich habe mit dem Jungen noch geschrieben und ihm gesagt, dass ich einfach viele Dinge überdenken würde und er meinte dann auch, yo, er versteht, was ich meine und er sieht viele Dinge auch so. Ähm, ja. Ich will ja auch es. Ich will ja auch es. Ich will ja auch